Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Machen Sie die Tür auf! Hier im Florschlingen ist gewaltig! Und ich hol die Polizei! Zwei Jahre ist es her, seitdem du nicht mehr vom Schlaf aufgewacht bist. Es war noch nie so schlimm, jemanden so sehr zu vermissen. Es tut mir so leid, aber ich kann nicht mehr stark sein. Ich kann die Fassade nicht einmal mehr aufrechterhalten. Ich halte das nicht mehr aus. Niemand merkt es, niemand interessiert es. So lange falle ich schon ins unendliche Nichts. Niemand, der mich so wie du damals gehalten hat. Ich bin vollkommen zerstört. Meine komplette Kraft ist aufgebraucht. Ich weiß nicht, wie ich überhaupt die nächste Stunde überleben soll. Ich muss hier weg, einfach abholen. Das wär's. Ich weiß nicht, was ich will, geschweige denn, wer ich bin. Ich bestehe einfach nur noch aus Schmerz. Ich danke dir. Ich das, ich danke dir. Ich kenne dich. Ich was mir sehr, sehr, sehr aktiv. Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, was ich. Ich bin glücklich und nicht, was ich. Nee, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich arbeite mich. Ich bin glücklich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Seit Wochen sehe ich ihn hier. Allein. Doch er scheint zu bleiben. Aber warum sieht er mich nicht? Man sagt, die Menschen schenken nur dem Aufmerksamkeit, was sie an sich selbst erfahren haben. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass selbst wenn jemand mir zur Hilfe kommen würde, man mir nicht mehr helfen kann. Jede Rettung würde zu spät kommen. Ich bin verloren. Mein Brief an dich ist gleichzeitig sowas wie ein riesengroßer Hilfeschrei, den aber niemand hört. Jetzt verstehe ich, was du damals durchmachen musstest. Es tut mir so leid. Ich bin so ein Versager. Untertitelung. BR 2018 Doch wir sehen uns bald wieder. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020